Weiter geht's mit Diawars. Heute bauen wir mal den Fahrstuhl um und machen die Base cool. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Ach ja, und ich weiß nicht, wer es wusste. Ganz, ganz wichtig übrigens, also wirklich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich ganz wichtig bewertet und ein Abo dalasst, damit man auch nichts mehr verpasst. Und jetzt holen wir erstmal Material für den Fahrstuhl. Mann, das wäre ja mal smart. Oh, jetzt ist es dunkel. Also wir machen jetzt erstmal nur ein bisschen. Ich will nur nicht, dass der Fahrstuhl so, wie er ist, jetzt als fertig angesehen wird, weil der ist wirklich Dreck. Scheiße. Und wir bräuchten eigentlich auch noch eine Hole. Oh, hier ist eine Lücke. Einmal kontrollieren. Wir kennen ja Fabo, ne? Der geht in jedes Loch ein. Oha. Ja, den Fahrstuhl, der jetzt im Haus ist, den hat ja Joe gebaut und der hatte eine Sicherheitslücke. Und ich bin jetzt Sicherheitsbeauftragter, hab ich mich einfach genannt. Also Real Talk jetzt. Oh, was ist das denn? Schon wieder ein Loch. Spark meint die Creeper Farm ist geil. Perfekt. Also die hat insgesamt 22 Creeper-Etagen und Fabo ist ja bei uns ungefragt eingedrungen. Und man muss echt sagen, Fabo geht echt in jedes Loch, was er findet. Also wirklich. Ich glaube, der ist da nicht wählerisch. Hauptsache, er kommt rein. Und das Krasse war, der ist halt hinten rein. Das war schon übelst. Wehe, wenn da oben jetzt schon ein Fahrstuhl steht oder eine neue Eingangshalle. Ich reiß die ab. Die kann so nicht bleiben. Die ist nicht gut, die ist nicht schön, die ist nicht safe. Bei so einer geilen Burg muss der Rest obergeil werden. Los geht's. Und ich brauche auch Joe für die ganzen Türen. Ich brauche einmal den Cam-Account, weil wir planen in der Wand. Also warte, wo hatten wir gesagt? Hier, oder? Warte, wir gehen nach unten. Gehen wir nach unten? Ne, warte, wir machen jetzt folgendes. Dann werden wir hier durchgehen, da durchgehen. Dann kommt hier eine Sicherheits-Tür hin. Die Villager kommen nach hinten. Das sieht eh scheiße aus. Dann werden wir hier durchgehen, da durchgehen. Hier, die Baumfarm benutzt eh keiner mehr. Das können wir komplett wegbauen. Die Eisenfarm ist im Müll. Die kommt weg. So, die kommt woanders hin. Hier unten, das Lager ist sexy. Da haben Spark, Joe und ich richtig gerne Arbeit geleistet. Der Fahrstuhl kommt ein bisschen nach hinten. Linke Seite passt perfekt. Wir brauchen jetzt ein paar Cobblestones und machen dann erstmal die alten Fahrstühle zu. Los geht's. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da noch Wasser... Doch, 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 da ist Wasser. Also, alte Fahrstühle weg. Wir müssen noch ungefähr ein Drittel Luftblasen haben, wenn wir unten ankommen. Zwei Drittel meine ich, sorry. Weil dann können wir den hier machen. So, auch die Baumfarm in der Base, die brauchen wir ja nicht wirklich, oder? So, Fahrstühle. Alte Fahrstühle sind hier zu. Jetzt gucken wir mal, dass wir die neuen setzen. Die wollte ich... Hier zum Beispiel. Die müssen ja weiter nach hinten prinzipiell. Hier sind Schilder. Ich mach einmal ganz kurz den Raum ready an der Stelle. Weil, wie gesagt, mir gehen diese Fahrstühle tierisch auf die Eier. Weil mal ist vorne der Ausgang, mal ist hinten der Ausgang. Mal ist an der Seite der Ausgang. Keine Sicherheitstüren, nichts. Wir brauchen Sicherheitstüren. So, da ist... Okay. Hier auch. Das ist genau ein Block rüber. So, was haltet ihr von dieser auf, ne? Hier rein, da raus oder so? So, also müssen wir jetzt hier die Wände noch machen. Und da müssen wir uns nochmal ganz... Ne, wir müssen ja noch weiter hoch, ne? Und durch die Villager fahren und so. Wir bauen einfach die ganzen Villager dann weg. Ich meine, die meisten sind eh tot, deswegen ist es absolut egal. Oh, schon oben? Schon oben. Voll lang gedauert. So, das ist doch mal ein schöner Fallschacht, oder? Aber ist gar kein Fallschacht, by the way. Das ist ein Fahrstuhlschacht. Fallen bringen gar nichts mit Totems in der Hand. Also deswegen bin ich auch davon abgegangen, dass man Fallen baut. Was bringt's? Totem kickt, weiter geht's. Und dafür hast du dann irgendeine Falle gebaut. Sonst wäre schon alles voll, aber bei der Thematik, hier braucht man nichts machen. Ne, da wird das Totem nicht helfen. Finde ich halt... Aua. Finde ich halt so ein bisschen schade, das ist... Also es ist eigentlich nicht möglich, vernünftig einen Spieler zu töten, wenn er genügend Totems hat. Ja, ich würde jetzt umziehen lassen, ne? So, die müssen eh weiter nach hinten. Ja gut, Fabo hat, glaube ich, den einzigen möglichen Zugang gefunden. Aber an sich ist unsere Base schon besser, so vom Prinzip her. Guckt doch mal, wie die ihre Kisten abgesichert haben. Da würde ich ja einen Anfall bekommen, wenn ich da die Kisten aufmachen würde und die ganze Zeit einen Alarmton hören würde. Ja, ich sag mal so, die können jetzt da reinlaufen oder die lassen es. Ist jetzt auch egal. Was, du kommst jetzt hier hin. Ich hole Steine. Ja, ich bringe jetzt hier Sicherheit auf Next Level. Also ich werde das hier jetzt auf jeden Fall weiter ausbauen. Hier unten diese Baumfarm, die ist zwar cool, aber die brauchen wir prinzipiell nicht mehr, weil wir jetzt mittlerweile Bäume draußen farben. Ich weiß nicht, ob ich den Raum einfach zu mache, weil da kann eh keiner was machen. Und dann werde ich quasi auch Joe bestellen, der dann noch ein paar Türen baut oder Spark. Ich glaube, Spark hat aber genug zu tun mit der Burg. Dann soll Joe die Türen bauen zu den einzelnen Segmenten. Weil momentan haben wir nur eine Sicherheitsschleuse. Ich hätte aber am liebsten nahezu auf fast jeder Etage eine Sicherheitsschleuse. Und da ich ein selbsternannter Sicherheitsbeauftragter jetzt bin, sollte das auch klappen. Genau, Licht ist hier genug. Das heißt, wir machen hier mal doppelt. Wie lange geht die Awards? Nur den Monat über. Höchstwahrscheinlich. Und wenn die anderen wieder so hardcore dominieren, dann ist eh die Frage, wie es dann weitergeht so. Weil dann ja auch die Motivation wahrscheinlich schwindet von manchen Teilnehmern. Guck mal, das ist so gut, ne? Hier kein Gebimmel und wenn du weggehst... Abgesichert. Richtig gut. Ich glaube, wir müssen echt runtergehen. Aber wir haben eine neue Mine ausgelegt. Hammer. Gibt es eigentlich Konsequenz für das Töten der Villager? Ne, ne, war legit. Hat sich hier legit reingebackt und hat alle getötet. Das ist erlaubt. Hier habe ich die Wände vergessen. Rot ist so schlecht. Ne, damit hat das nichts zu tun. Ne, das hat nichts mit Rot spielt, nicht so aggressiv oder so. Rot spielt einfach 80% weniger als Blau. So bis zum ersten Battle Event habe ich insgesamt 7 Stunden gespielt. So, da hatten andere schon 35 Stunden oder so auf Diabos als Beispiel jetzt. Ich will damit nur sagen, dass die Teams ohne ausgeglichen sind, was Streamzeiten angeht. In PvP kennen viele Leute keine Freunde mehr. Ja, ja, genau. Aber zum Teil sind manche Zuschauer auch mittlerweile schon zu verbissen und zu pro und auf Krawall gebissen. Das ist echt schon krass so. Also klar, dass ein bisschen mehr Engagement drin ist, ist logisch. Aber zu viel ist halt auch uncool. Aber das war früher bei Varo, bei Hero, war halt überall so, ne. Das ist halt die Ultras von den einzelnen Leuten. Und ich will auf jeder Etage eine Sicherheitsschleuse haben. Also zumindest einen neuen Fahrstuhl, die dauern echt lange, muss man sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber warte mal, hier ist ja noch der Stopfen drin, ne. Ja, okay. So, gleich mal was essen, dann bin ich tot. Drei. Ah, hier fehlt noch was, okay. Oh, das wird so geil, wenn man sieht direkt, wo man aussteigen kann. Wie cool wäre das denn? Aber geht hier mal einer mit Frostwalker über unsere Wasserquellen? Ich meine, ist ja lustig, aber dann hören unsere Sachen auf zu wachsen. Also nicht so lustig, nur ein bisschen lustig. Oh, hatte ich da oben den Boden gemacht? Weiß ich gar nicht. So, jetzt müssen wir Wasserquellen haben. Auf jedem Block. Das wird toll. Die Bannern war hoch. Das ist echt so hoch, ne. Das ist echt krass. Jetzt sind wir oben angekommen. So, jetzt brauchen wir Magma-Blöcke. Oh, der tut mir so leid. Der wird gleich angesaugt und verbrannt. Prinzipiell könnte man unter den Magma-Blöcken scheinen die noch Hopper hin, oder einen Hopper-Minecart. Und dann könnte man hier noch eine Farm raus machen. Ja, ich mach den anderen direkt. Ich deaktiviere den anderen jetzt instant. Jetzt haben wir eben fix die andere Seite gemacht. Also fix eigentlich nicht. Hat doch schon ein bisschen gedauert. Jetzt müssen hier noch diese Shroom-Lights rein. Dann ein bisschen Wasser. Und ja, dann kann man den auch schon benutzen. Und ich habe jetzt hier noch eine kleine Änderung. Ich habe jetzt hier unten immer, wo die einzelnen Etagen sind, noch mal so ein bisschen ein paar Slabs reingemacht. Damit man nochmal ganz genau sieht, wo man hier rein gehen und raus gehen kann. Wer es nicht weiß, Kelp muss hier rein, damit hier an jeder Stelle eine Wasserquelle ist. Weil sonst funktioniert der Aufzug nicht. Also wenn ihr einfach oben Wasser rein kippt und dann hier einen Soul Sand unten rein macht, dann funktioniert er einfach nicht. Deswegen muss überall eine Wasserquelle hin. Und das geht immer ganz, ganz gut mit Kelp. So, ich brauche ja gar nicht so viel. Ich brauche halt was für die Wasseraufzüge noch von der Creeper-Farm, die ich gebaut habe. Die habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt, ne? Die müsste ich eigentlich auch nochmal zeigen. Mit den 22 Creeper-Ebenen. Und da muss ich auch noch gucken, dass die Sachen nach oben kommen. Deswegen nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Passt. Und damit wären beide neun Aufzüge fertig. Jetzt machen wir den anderen Aufzug einmal weg. Und dann brauchen wir halt noch eine Sicherung auf jeder Etage, damit hier nicht immer unbefugte Leute reinkommen. Und ich würde vielleicht direkt einen Fallschacht ins Lager machen noch, damit man relativ schnell von oben ins Lager kann. Dann kann man ein bisschen was abkürzen. Okay, Lagerexpress geht leider nicht, weil dann müssen wir wieder durch die Villager-Farm. Oder ich ziehe die auf die andere Seite. Die Villager-Farm ist ja eh broken, weil Fabo da einmal durchgegangen ist mit seinem Schwert. Deswegen kann man da vielleicht das ganze Ding noch verschieben. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall auf jeder Etage noch eine Schleuse. Und dann wird das Ding hier auch auf jeden Fall sicherer als vorher. Das heißt, da kommt Wasser rein. Und hier kommt dann die Lava rein. Und da drauf gibt es einen Cobblestone. So, dann brauchen wir auf jeden Fall zwei Observer in der Ecke. So und so. Dann machen wir ein bisschen Redstone hoch. So und wenn man jetzt hier abbaut. Klappt. Ich hoffe das ist okay. Na ja, sieht gut aus. Top. Oh, so ist doch perfekt, oder? Nice. Guck mal. Jetzt baut man hier ab. Auf. Zu. Und gar nicht so groß. Aber ich mache den Mechanismus jetzt nur von der Seite. Also ich würde jetzt nicht nochmal von der anderen Seite bauen. Das heißt, wir machen den anderen Kabelgenerator mal auf die andere Seite. So, komplette Tür ready. Also Schleuse Nummer eins ist fertig. Eigentlich wollte ich jetzt noch mehrere Schleusen bauen. Aber zumindest ist das Lager dann schon mal geschützt. Und. So, beide Fahrstühle sind jetzt komplett fertig. Hier oben habe ich nochmal Fall runter und Fall hoch gemacht. Das ist übrigens Terracotta, was das ist. Und hier kann man jetzt runterfahren. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz die Schleuse. Und warum man so eine Schleuse überhaupt braucht. Weil normalerweise denkt man ja, andere Spieler können Blöcke abbauen. Aber bei dem Projekt ist es halt ein bisschen anders. Link zu dem Projekt auch in der Videobeschreibung. Sobald man in das gegnerische Team geht. Also sobald ich diese Brücke überquere, bin ich auf der gegnerischen Seite. Und bin dann bei denen im Adventure Mode. Das heißt, ich kann keine Blöcke abbauen. Ich kann nur interagieren. Also ich könnte glaube ich das hier machen. Aber mehr auch nicht. Oder eine Kiste öffnen. Und deswegen haben wir so ein System gebaut. Weil Blöcke abbauen kann das gegnerische Team nicht. Nur das Team, was hier auf dieser Seite wohnt. Und deswegen haben wir das hier gebaut. Quasi Block abbauen. Öffnet sich. Schließt sich. Und die anderen Teams kommen hier nicht rein. Rein würde man kommen, wenn man nur eine Schicht hätte. Man kann sich dann irgendwie da durchbacken mit einer Pearl. Aber so ist es eigentlich safe. So, der Rest wird jetzt die Tage noch ein bisschen ausgebaut. Auf jeden Fall haltet den Livestream-Kanal im Auge. Der ist ja in der Videobeschreibung. Ach ja, und deswegen sind auch die Blöcke über den Kisten. Weil wenn ihr eine eindringen sollte, kann derjenige nicht die Kisten öffnen, weil halt ein Block drüber ist. Und deswegen schieben sich die Blöcke halt immer drüber. Vorher haben wir die mal manuell drüber getan. Die Kiste könnte man jetzt zum Beispiel looten, weil da ist kein Block drüber. Die müssen wir halt noch einräumen. Und im Normalfall geht das so. Man stellt sich hier drauf. Baut den Block ab. Dann fahren die Blöcke zurück. Wir können die Kisten öffnen. Können uns hier so bewegen. So, einfach hier hin. Creeper-Farm wollte ich ja auch nochmal zeigen. Cobblestone-Farm haben wir. Und eine Glowing-Farm, weil die Creeper-Farm auch gleichzeitig diese Glow-Squids spawnen ist. Deswegen haben wir das auch nochmal da drin. Wird automatisch einsortiert. Und sobald man diese Druckplatten verlässt, fährt die Anlage zu. Und die Anlage ist gesichert. Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann bin ich als selbsternannter Sicherheitsexperte voll dabei und baue hier noch weiter. Deswegen danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.